Vereinnahmte Umsatzsteuer ist eine Betriebseinnahme und dann mit Einkommen im Sinne des Sozialgesetzbuches. Herzlich willkommen zu IhrHartz4.de. Mein Name ist Thorsten Hassiepen und ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Wegberger Anwaltskanzlei Hassiepen. Wenn Sie als Selbstständiger aufstocken mit Leistungen nach dem SGB II, stellt sich die Frage, wie sind eigentlich vereinnahmte Umsatzsteuern zu bewerten. Umsatzsteuer sind ja immer die 19%, die oben auf den Nettopreis aufgeschlagen werden und die man erstmal als Unternehmer einnimmt, sofern man umsatzsteuerpflichtig ist. Allerdings ist diese Umsatzsteuer, sofern sie denn die Vorsteuer übersteigt, auch wieder abzuführen an das Finanzamt. Daher stellt sich die Frage, dass dieses Einkommen, welches ja direkt damit belastet ist, dass das Finanzamt irgendwann darauf zugreift, ist das eigentlich eine Einnahme im Sinne des Sozialgesetzbuches II. Das Landessozialgericht Hamburg hat nun geurteilt, ja, es ist Einkommen. Das bedeutet also, Umsatzsteuer, die in einem Bewilligungszeitraum vereinnahmt wurde, ist als Einkommen zu berücksichtigen und unterliegt den ganz normalen Berechnungen von Einkommen. Das bedeutet, dass in einem bestimmten Zeitraum, wo die Umsatzsteuer eingenommen ist, selbst wenn diese später irgendwann einmal abgeführt werden muss, als Einkommen bestehen bleibt. Das kann zu Verwerfungen führen und ist sicherlich nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Aber das Gesetz, so das Landessozialgericht in Hamburg, schreibt es so vor. Ich meine, dieses Gesetz wäre dann ein wenig zu überdenken, denn eine Einnahme, die direkt mit einer Abführungspflicht hier an das Finanzamt belastet ist, steht letztlich nicht auf Dauer zur Verfügung. Das gleiche hat ja das Bundessozialgericht auch gesagt, für Darlehen, die wieder zurückgezahlt werden müssen, diese seien kein Einkommen. Jetzt ist natürlich die Umsatzsteuer kein Darlehen, was man erhält und sie berechnet sich auch relativ kompliziert, was nachher übrig bleibt. Aber, so müsste es zumindest sein, das ist meine Rechtsauffassung, dass später, wenn dann die Umsatzsteuer abgeführt wird an das Finanzamt und man weiterhin im Leistungsbezug steht, dies auch irgendeine Art von Berücksichtigung finden muss. Das Landessozialgericht Hamburg sagt derzeit nein. Wir werden abwarten, was die weitere Rechtsprechung dazu sagt. Ich hoffe, dieses Video hat Sie interessiert. Wenn es Ihnen gefallen hat, darf ich Sie bitten, Sie wissen ja, dieses Video loben mit den Daumen nach oben. Teilen Sie es fleißig auf den sozialen Netzwerken wie Google+, Twitter, Facebook und so weiter. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.